herzlich willkommen zu einer weiteren mobile game vorstellungsfolge bei uns auf dem kanal so vor allem gar keine videos mehr verpassen wollt dann drückt gerne auf abonnieren direkt daneben auf das glöckchen aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne mal ein leichter lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video die glock ja das vielleicht ist sollte etwas für euch mit dabei wir fangen jetzt mal an mit katz harma und da gucken wir einfach mal hier rein ja auf Google Play verfügbar. Ich finde das sieht eigentlich ganz cool aus. Das Teil macht einen ganz guten Eindruck. Wenn ihr Bock auf sowas habt, mit Sicherheit ein cooles Spiel. Dann haben wir hier Alarm und Monster Physik Puzzle Spiel. Schauen wir mal da rein. Wie ihr seht, die Monster schlafen hier immer. Und wir haben hier eine Uhr, ein Wecker wahrscheinlich. Bedeutet also, wir müssen den Wecker immer zu dem Monster bringen und damit das Monster aufwecken. Also gibt es dann so bestimmte Aufgaben, die da zu erfüllen sind. Gucken wir mal hier rein. Das könnte unter Umständen auch eine ganz witzige Sache sein. Also ich schätze mal, das werde ich vielleicht sogar mal antesten, das Ding. Das sieht ganz cool aus. Ja, absolut. So, also wenn es euch interessiert, unten verlinkt in der Beschreibung. Dann haben wir Harbinger's Last Survival. Auch hier schauen wir mal rein. Optisch mega geil. Mega geil. Alter, was ein geiler Trailer. Was für ein geiler Trailer. Mega fett Leute. Ein mega fetter, geiler, mega geiler Affen, Affen, mega fetter, geiler Trailer. Alter Vater, da kriege ich jetzt schon richtig Bock drauf, das mal auszuprobieren. Ey, zieht euch das rein. Wie geil sieht das aus? Ey, das muss ich ausprobieren. Das muss ich ausprobieren. Das sieht ja mal hammerkrank aus. Harbinger's. Mega. Mega, 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 mega. So, dann haben wir hier Sweetheart. Das ist wieder so ein Puzzle-Spiel. Zum hin und her schieben wahrscheinlich. Hier so ein Kistenschieber-Spiel, vermute ich mal. Ja, ist bestimmt auch eine ganz interessante Sache für diejenigen, die gerne Puzzles spielen. So, also Puzzle-Spiele mögen. Hier Museumscape. Jetzt mal was ganz anderes wieder. warum nicht viel darüber zu sagen renovate museum match candy candy crush saga spiel decorations for fun 3000 plus levels play with friends download now for free auf android so dann haben wir hier ein spiel das ist ab 18 wir schauen dann trotzdem mal kurz rein jetzt auch ein kurzes video dazu da ist jetzt meiner meinung nach nichts zu erkennen wo man sagt ja okay das rechtfertigt diese altersfreigabe aber hat so einen kleinen groben eindruck davon ego shooter ego perspektive sieht auf jeden fall ganz cool aus sage ich mal ja wie gesagt also wird jetzt hier nichts großartig hier sehen wir mal eine andere grafik aus dem spiel ich denke könnte für den ein oder anderen von euch sowieso die fortnite zocker unter euch könnte das auch interessant sein dann haben wir hier ein spiel das nennt sich into the forest ja great bring that weapon to me da sind irgendwelche weiß ich nicht was das sein soll helfen oder so und das sind pilzfiguren da ist ein bär anti wolf bazooka ultimate self defense ja wen es interessiert ihr könnt das gerne mal ausprobieren schreibt einfach mal was in die kommentare und dann haben wir hier was total strangers and long funny heroes adventure das ding jetzt muss man wirklich mal drauf achten das sieht wirklich total crazy aus ja schaut einfach mal auf die figuren was da alles so drin ist könnte mal anhalten und mal zurückspulen also was es dafür verrückte sachen gibt das ist schon echt crazy hier kann man auch charaktere merchen da ist tatsächlich ein ei hinten raus zu kommen jetzt also wenn diese figuren nicht verrückt und crazy sind dann weiß ich es auch nicht mehr fante long ja wenn euch dieses heutige ach so ne wir klicken noch ganz kurz hier durch hier sehen wir es dann auch noch mal was es da für figuren gibt die sehen echt crazy aus ja 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 leute wenn euch das heutige video gefallen hat dann lasst doch mal bitte einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare aboniert den kanal und schadet es nächstes mal dahin wenn es wieder wenn ich euch wieder neue mobile games vorstelle haut rein was gibt es dann und tschüss ja